Herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Fehlende Disziplin, schlechte Gewohnheiten, zu wenig Fokus, Ängste, Zweifel und so weiter. Ich möchte dir aber heute den Grund Nummer 1, sozusagen den Hauptgrund nennen, warum du deine Ziele nicht erreichst. Die allermeisten Menschen wollen in ihrem Leben etwas verändern. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei dir genauso ist. Vielleicht möchtest du abnehmen oder Muskeln aufbauen. Vielleicht möchtest du einen Partner finden. Vielleicht möchtest du eine Fremdsprache lernen, Italienisch zum Beispiel. Oder vielleicht möchtest du dich beruflich verändern, vielleicht sogar selbstständig machen. So, was passiert, wenn Menschen etwas verändern wollen? Genau, sie setzen sich ein Ziel. Ich möchte einen Partner finden. Ich möchte meinen Beruf wechseln. Ich möchte abnehmen. Ich möchte eine Fremdsprache lernen und so weiter. Ziele sind super. Ziele sind wichtig. Aber es gibt einen wichtigen Schritt, den du unbedingt tun musst, bevor du dir Ziele setzt. Und das ist der Schritt, den die allermeisten Menschen vergessen. Und das ist eben auch der Grund, warum sie oftmals ihre Ziele nicht erreichen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Vielleicht möchtest du abnehmen oder Muskeln aufbauen. Vielleicht möchtest du mit dem Meditieren anfangen. Vielleicht willst du deinen Job wechseln oder dich selbstständig machen. Vielleicht möchtest du endlich einen Partner finden. Vielleicht willst du eine Fremdsprache lernen. Italienisch, Spanisch, Russisch, was auch immer. Frage an dich. Was machen die meisten Menschen, die etwas in ihrem Leben verändern wollen? Genau, sie setzen sich ein Ziel. Ich möchte 5 Kilo abnehmen. Ich möchte dieses Jahr 50.000 Euro verdienen. Ich möchte einen Partner finden. Ich möchte fließend Chinesisch sprechen. Und das ist super. Ziele sind toll. Ziele können deinem Leben eine Richtung geben. Ziele können dich motivieren. Und ich sage übrigens absichtlich können, weil Ziele manchmal auch demotivieren können. Aber das wäre jetzt ein völlig anderes Thema. Auf jeden Fall. Ziele sind per se schon mal gut. Und wahrscheinlich hast du auch schon mal gehört, dass du dein Ziel kennen musst, falls du ein Ziel erreichen willst. Viele Experten, viele Autoren, die immer sagen, du musst dein Ziel kennen, wenn du dein Ziel erreichen willst. Und ich stimme dem Ganzen zu. Es macht ja Sinn. Wenn ich irgendwo hin möchte, dann ist es besser, wenn ich weiß, wohin ich will. So, aber was die wenigsten Menschen beachten, ist, dass es nicht nur wichtig ist, zu wissen, wo du hin willst, sondern auch, dass du sich fragst, wo starte ich denn gerade? Wo bin ich denn gerade in meinem Leben? Und vor allem noch wichtiger, warum bin ich hier? Und das ist dieser Schritt, den die allermeisten Menschen nicht tun. Und das ist auch der Grund, der die allermeisten Menschen davon abhält, wirklich langfristig im Leben erfolgreich zu sein. Und etwas zu verändern. Und ich möchte dir auch kurz erklären, warum das so ist. Wenn du ein großes Ziel erreichen willst, dann ist es wahrscheinlich, dass du etwas in deinem Leben anders machen musst. Wenn du zum Beispiel abnehmen willst, dann musst du weniger essen oder mehr Sport machen. Wenn du mehr verdienen willst, dann musst du vielleicht mehr arbeiten oder zumindest produktiver sein oder mehr Verantwortung übernehmen. Wenn du einen Partner finden möchtest, dann musst du auf neue Menschen zugehen. So, aber wie sieht es aus, wenn wir Menschen versuchen, Dinge in unserem Leben zu verändern? Wahrscheinlich kennst du es von dir selbst. Ganz oft ist es so, dass wir etwas verändern und dann machen wir etwas anders für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann, in ganz, ganz vielen Fällen, holt uns die Routine wieder ein. Die alten Muster. Und dann machen wir die Dinge genauso, wie wir sie immer gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass du etwas in deinem Leben verändern wolltest und dass es dir schwer gefallen ist. Selbst eine kleine Veränderung, wie ein bisschen früher aufzustehen oder mal 10 Minuten am Tag zu meditieren oder regelmäßig Sport zu machen. Selbst diese kleinen Veränderungen fallen uns oftmals schwer. Und das liegt ganz häufig daran, dass wir gefangen sind in unseren alten Mustern. Per Definition ist es ja so, dass wenn du andere Ergebnisse als bisher haben möchtest, dann musst du auch Dinge anders tun. Das heißt, wenn du deine Ziele erreichen willst, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du gewisse Dinge verändern musst. Was passiert aber sehr, sehr oft, wenn Menschen versuchen, etwas anders zu machen? Sie verändern etwas für ein paar Tage, für ein paar Wochen und dann fallen sie zurück in alte Muster. Das kennst du vielleicht von dir selbst. Du hast dir vorgenommen, etwas zu verändern, mehr Sport zu machen, dich gesünder zu ernähren, zu meditieren, jeden Tag eine Fremdsprache zu lernen und machst es für ein paar Tage und dann fällst du aber wieder zurück in die alten Muster. Das ist ein bisschen so, wie wenn dich hier so ein Gummiband zurückhält. Du gehst so ein paar Schritte vorwärts in die richtige Richtung und dann, zack, zieht dich das Gummiband zurück. Das kennst du wahrscheinlich. So, was ist dieses Gummiband? Dieses Gummiband sind Selbstzweifel, sind Ängste, sind schlechte Gewohnheiten, sind Blockaden. Und um dich dauerhaft zu verändern, um dauerhaft an deinen Zielen zu arbeiten, um dauerhaft voranzukommen, musst du dieses Gummiband, diese Gummibänder, die Dinge, die dich zurückhalten, erkennen. Und das tust du erst, wenn du eben sagst, okay, bevor ich mir Ziele setze, frage ich mich, wo bin ich gerade in meinem Leben und vor allem, warum bin ich da? Welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass ich hier bin? Welche Glaubenssätze? Vielleicht war ich in einem schlechten Umfeld? Haben mich Ängste und Selbstzweifel zurückgehalten? Dich einfach mal zu fragen, warum bist du im Leben gerade da, wo du bist? Und diese Selbsterkenntnis ist super, super wichtig, damit du langfristig etwas verändern kannst. Und ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, dass du seit langem, seit vielen Jahren, 10 Kilo Übergewicht hast. Du sagst einfach, ja, ich bin 10 Kilo zu schwer. Und du hast schon x verschiedene Diäten ausprobiert. Und du hast immer wieder ein bisschen abgenommen und dann bist du zurück zum eigentlichen Gewicht, nämlich 10 Kilo zu viel. Okay, so, was ist jetzt sozusagen die Lösung dazu? Dass du sagst, okay, warum bin ich hier? Warum wiege ich 10 Kilo zu viel? Und dann findest du vielleicht heraus, dass du einfach zu viel isst oder zu ungesund isst, weil Essen eine Ersatzbefriedigung für dich ist. Vielleicht, weil du mit deiner Beziehung nicht zufrieden bist. Vielleicht, weil du mit deinem Job eben zufrieden bist. Oder vielleicht merkst du, dass du immer dann zu viele Süßigkeiten isst, wenn du im Stress bist. Und diese Dinger musst du erst mal erkennen. Das ist eines dieser Gummibänder, die ich gerade angesprochen habe. Und erst wenn du das erkennst, kannst du auch wirklich etwas ändern. Und dadurch kannst du wirklich langfristig an deinen Zielen arbeiten, langfristig auch deine Ziele erreichen. Was heißt das also für dich? Dass bevor du jetzt irgendwie das nächste große Ziel setzt, du dich erst mal fragst, womit bin ich gerade in meinem Leben zufrieden? Womit bin ich unzufrieden? Und du dich eben auch fragst, okay, wie bin ich überhaupt hier gelandet? Was hat dazu geführt, dass ich mit gewissen Dingen unzufrieden bin? Waren es falsche Entscheidungen? Schlechte Gewohnheiten? Ängste? Selbstzweifel? Ein falsches Umfeld? Dass du dich einfach mal fragst, okay, wo bin ich gerade in meinem Leben? Warum bin ich da? Eine Art Ist-Analyse. Zu verstehen, wo du gerade im Leben bist und eben vor allem, warum du da bist, ist tatsächlich der wichtigste Faktor, damit du langfristig vorankommst, langfristig an deinen Zielen arbeitest und natürlich auch langfristig erfolgreich bist. Und das ist auch der Grund, warum ich in meinem Member-Bereich, der Empowered Life Academy, den ganzen ersten Monat dieses Thema behandle. Anhand verschiedener Videos und Übungen schauen wir, okay, wo bist du gerade? Womit bist du zufrieden? Womit bist du unzufrieden? Und vor allem, warum bist du da? Und dadurch gewinnst du einfach mehr Klarheit. Du verstehst dich selbst besser, verstehst besser, warum du in deinem Leben dort bist, wo du bist. Und dann kannst du auch natürlich erfolgreich etwas ändern und wirklich Fortschritte im Leben machen. Falls auch du vorankommen möchtest im Leben, falls auch du etwas verändern möchtest, dann schau doch mal bei der Academy vorbei. Du findest mehr Informationen dazu in dem Link in der Beschreibung von diesem Video oder alternativ, klick einfach hier oben auf das weiße I. Letztens ist mir auch eine interessante persönliche Geschichte zu dem ganzen Thema eingefallen. Und zwar wohne ich jetzt seit über einem Jahr auf Zypern. Und mein Mitbewohner hat seit über einem Jahr immer wieder versucht, etwas zu verändern und hat es einfach nicht geschafft. Diese persönliche Geschichte hat mich dazu inspiriert, ein Video zu drehen über einen, ich sag es mal, vergessenen Trick, den du nutzen kannst, um langfristig im Leben voranzukommen, um langfristig an deinen Zielen zu arbeiten. Ich habe dazu ein Video gedreht, du findest es hier. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dir gefallen wird. Schau es dir gerne mal an. Das war es von mir. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao. 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 Ciao.